Hi, wer bist du und was studierst du? Hallo, ich bin Corinna Neff und ich studiere BWL mit Schwerpunkt Marketing an der Universität Münster, beziehungsweise bin ich gerade Absolventin. Was sind deine bisherigen Eindrücke von der Veranstaltung? Fällt mir sehr gut hier. Also ich finde es sehr schön, dass man mal verschiedene Bereiche kennenlernen kann, gerade der Bereich Online-Marketing, von dem kriegt man jetzt an der Universität nicht so viel praktisch natürlich mit. Und ja, hier gibt es mal die Gelegenheit, sich mit Fachleuten auszutauschen, andere Absolventen kennenzulernen, die ebenfalls sich gerade auf Jobsuche befinden und ja, einfach spannend. Hast du schon kontakte knüpfen können mit Firmen? Ja, natürlich. Dafür bin ich hier. Und welche speziell? Hast du irgendwelche Favoriten, wo du sagst, da könnte ich mal eine Bewerbung hin vielleicht hinschicken? Grundsätzlich bin ich erstmal hier, um mich einfach zu informieren und zu gucken, welche Einstiegsmöglichkeiten gibt es. Das sind Trainee-Programme, Direkteinstiegsmöglichkeiten und ja, um jetzt einen Favoriten zu nennen, da möchte ich mich noch genauer mit beschäftigen natürlich. Was sagst du zu den Vorträgen? Hast du da mal zugeschaut? Ja, die finde ich auch sehr spannend. Also, dass man wirklich mal sehen kann, wie haben Leute, die es in der Medienbranche geschafft haben, wie sind die das angegangen? Ja, und dass man halt sieht, dass auch manchmal nicht klassische Wege zum Ziel führen. Super, dann vielen Dank und viel Erfolg noch.